Ich mag geschwind die Notausgänge erklären, falls es jetzt, also falls es der Abend der Katastrophe wird. Nein, falls es während dem Abend so eine Katastrophe kommt. Und zwar, wegen der Notausgänge darf ich sie geschwind einteilen. Wir sind in drei Gruppen, sagen wir mal hier die Gruppe links, nicht politisch, nicht dass jetzt jemand auf die andere Seite springt. Bürgermeister ist schwarz da, gell? Gut, Sie sind die Gruppe rechts und Sie dementsprechend in der Mitte. Jetzt haben wir hier Schilder wegen der Notausgänge, das heißt, für Sie auf der Seite zeigt der Pfeil da raus. Und da ist es ganz egal, ob Sie ganz vorne sitzen oder hinten, weil auch auf der Rückseite zeigt der in die Richtung. Also egal ob vorne oder hinten, es geht in die Richtung. Ganz anders ist es jetzt für euch. Für euch ist der Notausgang natürlich da rechts. Ihr könnt euch auch schnell einschlagen. Und auch da, ich weiß nicht, haben wir hinter auch welche auf der Rückseite? Also egal ob vorne oder hinten, es geht nach rechts. Ganz anders ist es bei Ihnen in der Mitte. Eich. Bei euch. Eich darf ich bitten, sollte es zu einer Katastrophe kommen, sitzen bleiben. Nicht aufstehen, sitzen bleiben. Es könnte nämlich sein, dass jemand von der rechten Seite jetzt nicht aufgepasst hat und rennt dann kopflos nach links, Stoßt mit jemand zusammen, ob der links nicht aufgepasst hat und nach rechts rennt. Also einfach sitzen bleiben. Nicht aufstehen, sitzen bleiben. Und wenn jetzt jemand sich nicht auskennt, dann wartet einfach, bis die Feuerwehr kommt. Dankeschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020